Die freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst, ich bin stellvertretende Klubobfrau der Freiheitlichen Partei und Verfassungssprecherin und Sprecherin für die Außenpolitik. Wo sind Sie geboren, wo wohnen Sie aktuell? In Linz in Oberösterreich gilt für beides, geboren und immer dort gelebt und auch nach wie vor. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Von nichts kommt nichts. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Das Mühviertel in Oberösterreich. Es ist eine sehr raue Gegend. Die gefällt mir sehr gut mit Menschen, die eigentlich wirklich mit ihren beiden Beinen am Boden sind. Was schmeckt Ihnen? Das Lieblingsessen war immer und wird wahrscheinlich immer bleiben Marillenknödel. Getränk, da bin ich etwas variabel. Kaffee, Rotwein und manchmal, vor allem während Plenartagen, manchmal einen Whisky. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Mein einziger Sport besteht darin, dass ich alles, was irgendwie möglich ist, zu Fuß gehe. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Sofern möglich, zu Fuß. Alles, was irgendwie erreichbar ist, gehe ich zu Fuß. Das Motorrad nie. Das Auto auch sehr häufig, auch für Linz Wien. Seit unsere Züge erhebliche Verspätungen aufweisen in regelmäßiger Weise. Und auch seit der Corona-Zeit haben Sie es ein bisschen verdauen mit mir. Flugzeug, nur sehr selten für Reisen in fernere Destinationen. Haben Sie Haustiere? Ich hätte liebend gern welche, aber ich habe keine Zeit. Und das ist mein Projekt für meinen Ruhestand. Am ersten Tag werde ich wieder Katzen haben, wenn möglich zwei oder drei. Und wenn es geht, dann auch gleich einen Hund dazu. Zu Hause, bei meiner Familie, mit Lesen und mit Schweigen. Wobei werden Sie schwach? Bei Marillenknödel, wie erwähnt. Bei meinem Mann. Was kann Sie aufregen? Wie vieles heutzutage. Heuchelei ist mir besonders widerlich. Und ich reg mich über alles auf, was aus meiner Sicht unserem Land schadet. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Da Sie beide nicht mehr am Leben sind, meinen Eltern würde ich gerne noch einiges sagen. Vor allen Dingen danke für so vieles. Welche Person hat Sie geprägt? Nein, ich würde nicht sagen Vorbild oder dass mich jemand geprägt hätte in der Geschichte. Aber es gibt einige Personen, mit denen ich mich gerne unterhalten würde. Zum Beispiel mit Helmut Kohl. Zum Beispiel weiter zurückliegend mit Reichskanzler Bismarck. Mit einem Lebenden, zum Beispiel mit Donald Trump. Das wären so für mich interessante Personen, wo man vielleicht sehr profitieren könnte. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Ich bin zu den Freiheitlichen gegangen, weil ich zunächst immer an Politik interessiert war, die Politiker aber meist gering geschätzt habe. Aber gerade ab den Jahren, so ab 2015, sah ich die dramatischen Veränderungen in Österreich und in Europa als so bedenklich an, dass ich mir dachte, ich docke da jetzt einmal bei der einzigen Partei an, die sich dieser Tendenz entgegenstellt. Und das war damals das Duo Strache Kickl und da wollte ich dazugehören. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Also wenn das ein Reitschlag für junge Leute sein soll, dann würde ich zunächst einmal raten, eine gute Ausbildung zu machen, was zu lernen, Matura zu haben, in einem normalen Beruf tätig sein. Da profitiert man dann sehr davon in der Politik. Es muss aber auch kein Studium sein, sondern einfach auch ein Handwerksberuf oder der zweite Bildungsweg. Einfach, dass man schon wirklich mit beiden Beinen in einem Beruf gestanden hat. Und es schadet auch nicht, wenn man eben so quasi ein bisschen älter ist und auch schon Verantwortung vielleicht für eine Familie übernommen hat. Das heißt, also das auf keinen Fall vernachlässigen, auch wenn ich mich schon in jungen Alter engagieren möchte. Das unterstützen wir ja auch sehr als Freiheitliche. Aber sich nicht auf die Politik verlassen und nicht abhängig sein davon. Weil sonst muss man dann Abstriche machen bei den inhaltlichen Standpunkten. Martin Graf, Abgeordneter zum Nationalrat, dritter Präsident des Nationalrates Außerdienst. Wissenschaft und Forschung längst innen ist der Ausschuss, ob man Sport und Außenpolitik. Meine derzeit wichtigste Funktion meines Erachtens ist der Vizepräsident der European Conservatives and Democratic Alliance im Europarat. Das ist die schnell wachsendste Organisation im rechtskonservativen Bereich in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell? Ich bin in Wien geboren, wohne in Wien, wie immer in meinem Heimatbezirk Wien-Donaustadt und zwar konkret in Wien-Kagran. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Geht nicht, gibt's nicht. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Auf jeden Fall die alte Donau als Freizeitparadies und Mariazell in der Steiermark. Was schmeckt Ihnen? Saisonabhängig, aber durchgängig Wiener Schnitzel vom Schwein natürlich und als Getränk gerne einmal ein Glas Bier. Guter Weißwein zu manchen essen, guter Rotwein zu manchen, andere essen. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Meine Sportarten sind nahezu alle. Mein Interesse gilt aber zu 99 Prozent im Fußball. Und da insbesondere meinen Verein, wo ich seit fast 60 Jahren aktiv als Spieler, Sponsor, Funktionär und in den letzten 20 Jahren als Präsident tätig bin. Und das ist der FC Elaskagran in der Wiener Landesliga. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? In Wien zu Fuß und öffentlich. In Österreich strecken bis 300, 400 Kilometer mit dem Auto. Alles, was weiter weg ist, weil ich international viel zu tun habe, auch gerne mit dem Flugzeug. Haben Sie Haustiere? Wir haben einen Mops, einen wunderschönen, acht Jahre alt, gehört zwar meinem Sohn, aber ich betreue ihn immer, wenn ich zu Hause bin, auch mit, wobei die Hauptarbeit bei meiner Frau liegt. Wie entspannen Sie am besten? Ich höre sehr viele Podcasts und kann wunderbar beim Fernsehen aktiv abspannen. Wobei werden Sie schwach? Gutes Essen, Familie, politische Freunde. Was kann Sie aufregen? Eigentlich gar nichts mehr. Nach so einer langen Karriere in der Politik, Wirtschaft und verschiedensten Berufen, selbstständig und unselbstständig. Ich habe nahezu alles schon erlebt, aber immer wieder kommen neue Dinge, aber aufregen kann mich eigentlich nichts mehr. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Getraut habe ich mir immer alles zu sagen, würde ich meinen. Wahrscheinlich habe ich mit zu wenig Nachdruck dem Heinz-Gestia-Stache gesagt oder zu wenig gesagt, dass er in der Partei bleiben soll. Welche Person hat Sie geprägt? Ja, politisch ist es für mich eindeutig der Republiksausrufer, Franz Dinkhofer, Ehrenmann und einer der meistunterschätztesten Politiker der Zwischenkriegszeit. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Ich war schon Klassensprecher, Schulsprecher, nie bei den anderen Parteien immer geschaut auf Unabhängigkeit, Freiheit und Ähnliches. Und für mich war es selbstverständlich, als Student zu den Freiheitlichen Studenten zu gehen und dort mich aktiv einzubringen. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Mühselig, langwierig, ausdauernd. Ideologische Festigkeit muss man mitbringen und wahnsinnig viel Geduld. Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell? Meine Geburtsstadt ist Mödlinge. Ich bin dort im Krankenhaus zur Welt gekommen. Jetzt lebe ich im schönen Tristingtal hier im Bezirk Lilenfeld. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Ja, aber da wäre nicht jugendfrei. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Es ist immer so, dass, glaube ich, der wichtigste Graf dort die Heimat ist. Und bei mir ist es genauso, im Tristingtal gibt es wirklich wunderschöne Plätze, die man besuchen kann. Zu Hause fühlt man sich am wohlsten. Aber ich mache auch keinen Hehl draus, dass ich ganz gerne auch Zeit im Salzkammer gut verbringen, weil dort einfach die Mischung zwischen Seen, Bergen und Wäldern eine atemberaubender ist. Und auch dort bin ich immer wieder gerne, um Energie zu tanken. Was schmeckt Ihnen? Das Essen ist definitiv was Niederösterreichisches, wenn man faschierten Braten mit Erdäpfelbüree dazu zählen kann. Da bin ich sehr, sehr leicht damit zu locken. Und entgegen dem, was in der Corona-Krise gezeigt hat, als ich eine Backerbsensuppe erstanden habe, ist tatsächlich nicht die Backerbsensuppe meine Lieblingssuppe, sondern die Leberknödelsuppe. Also ich glaube, auch das ist relativ traditionell. Und ja, in meiner unmittelbaren Heimat liegt die Brauerei Heinfeld. Somit gibt es natürlich auch einen gewissen Zug zum Heinfeld ab hier. Und wenn das nicht verfügbar ist, dann trinke ich auch gerne mal einen Wieselburger. Ich freue mich schon darüber, einen Formel 1-Klassiker an einem Sonntagnachmittag im Fernsehen sehen zu können. Wenn Sie mich fragen, welcher dieser Formel 1-Klassiker ist, dann bin ich noch immer beim Grand Prix von Belgien auf der Rennstrecke von Spa. Meines Erachtens einer der interessantesten Grand Prix, die bei mir quasi nie ausfallen. Aber damit wir sozusagen auch auf der aktiven Seite noch etwas haben. Ich war tatsächlich früher in meiner Jugend ein sehr begeisterter Orientierungsläufer. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nach wie vor einen guten Bezug zur Natur habe. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Ich bin Verkehrssprüche, deswegen bin ich allen Verkehrsarten zugetan. Ich kann nur davon sprechen, welche Fahrzeuge oder Geräte ich selber lenken kann. Das eine ist natürlich das Auto, das Motorrad. Ich bin auch sehr gerne mit dem Wohnwagen unterwegs, im vorher besprochenen Salzkammerkut. Ich habe sogar in früheren Jahren einmal eine Pilotenausbildung begonnen. Das heißt, dass auch zu Luft war ich aktiv. Ich habe einen Bootschein, also alles, was irgendwie einen Motor hat und einen Lärm macht. Und das ist etwas, dem ich grundsätzlich zugetan bin. Aber selbstverständlich nimmt man für längere Strecken auch hin und da eine schnelle Bahnverbindung in Anspruch. Nichtsdestotrotz Mobilität fasziniert mich seit jeher. Und deswegen kann ich allem ein bisschen was abgewinnen, außer vielleicht irgendwelchen walken, grünen Spezialfahrrädern. Haben Sie Haustiere? Nein, habe ich leider nicht. Das wäre wirklich ein respektlos gängiger Tieren, wenn jetzt sozusagen ein Tier zu Hause hätte, um das man sich nicht kümmern kann. Und deswegen gibt es auch keines. Wie entspannen Sie am besten? Das ist interessant. Es gibt eine Serie auf D-Max, die heißt Goldrush in Alaska. Ich weiß nicht warum, aber es ist dermaßen inhaltsleer, dass man die durchaus zum Entspannen gefällt. Und das schaue ich mir dann einfach immer wieder an, das Plätscher zu dahin. Ist hochinteressant. Was ich aber auch gerne tue, ist, ich setze mich dann ganz gerne in mein Büro bei einer guten Musik, die ich mir auflege. Also da gibt es mehrere Varianten, das zu genießen. Im Urlaub ist es so, dass man sich einfach dann einmal ans Meer setzt und ein bisschen nachdenkt. Wobei werden Sie schwach? Ja, schwach werde ich dabei, wenn mich meine Tochter um etwas bittet. Also die ist jetzt zehn Jahre alt und weiß ganz genau, wie sie den Herrn Papa in die richtige Richtung lenkt. Und da habe ich bis jetzt noch kein Gegenmittel gefunden. Was kann Sie aufregen? Mich regt Dummheit massiv auf. Und wenn man sich gerade die Bundesregierung anschaut, dann kann man sich vorstellen, wie mein Aggressions- und mein Aufgeregtheitspegel momentan ist. Dummheit an allen Orten. Und genau deswegen gilt es auch, damit abzufahren und nächstes Jahr eine vernünftige Regierung zu bekommen. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Es war tatsächlich so, dass es gerade in meiner Familie auch Todesfälle gegeben hat, wo gewisse Dinge nicht besprochen worden sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es war wahrscheinlich meiner damaligen Jugend geschuldet. Mittlerweile ist es so, dass ich solche Gelegenheiten nutze, weil ich weiß, sie kommen nie wieder und man denkt dann ewig darüber nach. Welche Person hat Sie geprägt? Das war definitiv mein Großvater väterlicherseits, mit dem ich einfach als Kind viel Zeit verbracht habe, der mir sehr viel fürs Leben mitgegeben hat und den auch insofern als Vorbild sehe, dass wenn irgendwann mal die aktive politische Karriere vorbei ist und auch hoffentlich bei mir Enkelkinder anstehen, wo ich zumindest ansatzweise versuchen möchte, das mindestens genauso gut zu machen, als das mein Großvater damals gemacht hat. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Das war damals ein Ärger darüber, dass sich Rot und Schwarz einfach die Republik aufgeteilt haben. Es hat damals einen gewissen Jörg Heider gegeben, der genau dieses System aufbrechen wollte. Hat er ja auch nachhaltig geschafft, wie wir heute wissen. Und das war für mich der Antrieb dazu, mich bei den Freiheitlichen zu engagieren. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Begonnen hat es in der Jugendbewegung, in Ringfreiheitlicher Jugendlicher. Es ist dann beim Ringfreiheitlicher Studenten weitergegangen und schon relativ bald mit 20 Jahren in die Kommunalpolitik. Mit 30 war ich dann im Landtag tätig. Und heute darf ich Generalsekretär der Partei sein, der ich vor mittlerweile, wenn man nachrechnet, eigentlich fast 25 Jahren beigetreten bin. Bis zum nächsten Mal.